Ja Leute, was geht? Es geht weiter hier mit Let's Play Lost Judgment mit mir den Pirates. Wir machen weiter. Wir gehen jetzt hier runter und ja, mal lassen es mal klingeln. So, genau. Ja, wir machen heute weiter. Ja, und nehmen das hier mal. Genau. Und ich glaube wir müssen jetzt da hinten hin. Ne, müssen wir nicht. Warte mal. Ja. Oh, wir haben hier noch ein Fahrrad. Hä? Hälter mit Nebenfall? Was? Warum? Ich will können. Die Fahrt. Klartverdrucker, genau. Genau. Das hier auf jeden Fall noch machen. Ja, wohl. Ja, ja. Hä? Warte mal schön. Hä? Hier steht. Äh, das ist mir wirklich okay. Na gut, guck mal. Äh. Äh. Gut, können wir mal. Gehen wir als mal hier hin? Dann können wir das ja doch machen. Ich hätte es nicht. Äh, okay. Ja gut, dann machen wir das mal. Yeah, wir können mal da Schülerrausforderung machen. Oh, geil. Okay. Oh, geil. Fuck. NUTILATE THIS WORTHLESS SON OF A BITCH! Hm? Wer ist das denn? Uh, wer ist der Boss hier? Du schaust ihn. Go Todoroki, Präsident der Todoroki Boxing Gym. Ich bin Takayuki Yagami. Ich bin Takayuki Yagami. Ich bin Interessant für deine Gym. Willst du mit uns? Wir sehen uns. Was sind deine Priors? Entschuldigung? Ich frage mich, welchen Priors du hast? Burglare? Assaults? Nicht zu mir. Du bist ein Mörder. Nein, nein. Ich habe keine Priors. Was? So, dein Ex-Yakuza, dann? Wer bist du? Tojo? Omi? Ich habe noch nie in einer Familie. Ich bin nur hier, um zu lernen, wie zu Boxen. Oh, du, für real. Listen, pal. Für dein eigenes Wettbewerb? Get out of here. Meine Gym ist nichts, aber bad apples. Ex-Kons, Ex-Yakuza. Little Killer shit. Some soft Sibi-Hops in that ring? They leave me here in a body bag. But get lost, you marshmallow fuck! Entschuldigung. Entschuldigung. Ich will wieder zypern, dass er mich beitreten lässt. Na schön, dann zeig ich ihm ihm, was ich drauf habe. Schwächling, ha? Der war gut. Was hast du gesagt? Ich mag dein Zivilist sein, aber ich habe trotzdem schon einiges durchgegangen. Typen wie du machen mir schon lange keine Angst mehr. Hm. Kannst du gut bluffen. Und gute Ball sind genau die Sorte, die keinen Pfeffer einstecken kann. Ohne dich rumzuheulen. Und uns den Körper zu verklagen. Ah, ja, bist ich. Du kannst mich gerne auf die Probe stellen. Im Boxring. Klingt interessant. Hey, Boss. Ich nehme mir den Typen zu groß, wenn du willst. Ewa Shita, hast du sehen, du nach dem Knast, dass du den Anfänger wegpupsen willst, ja was. Der Typ war also mal gesessen. Yagami, richtig. Hast du Erfahrung im Boxen? Nö. Was ist das? Verdammt, was ist los mit der? Mann, das ist ernst. Ich habe noch nie im Boxing gestanden, aber die Grundlagen kenne ich. Auch wenn es Straßenkämpfe waren. Ich habe schon gegen Boxer gekämpft. Bevor ich mir dein Training ansehe, muss erst einmal beweisen, dass du wirklich Ahnung hast. Zieh dich immer einen Schein in den Regen. Ich werde dich persönlich testen. Vielleicht verziehst du dich dann endlich. Jetzt geht's auf die Fresse. Fresse. Wir halten auch gerne auf die Fresse. Schau mal, was sagt meine. Das ist mir, dass dein Lebensfreude gegnern. Nein, wenn du das, deine Lebensfreude denkst, ob dir das Essen nicht verabernt. Mit sog. wenn wir auch denken kann ich also glaube ich also leute auf voll sagt er klemmen die steuern gleich komplett also gelockt so ja wenn du ein wenig aus bei ok er ist noch vorher sagen können alter jetzt habe ich den ausdauer der gewaltt warum erklärst du mir sind nicht gleich am stück heute wäre er wie wäre er mit dem Jahrhundert und 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 wer gibt die Kurkern hier lang in einem Kampus verloren ja danke erklären wir doch am stück wie das geht 3 nur die Köln Wir haben drei Mal in der Runde K.O. gedreht. Ja, ja schön, das habe ich gesehen, dass die Story abgeschossen ist. Ja, komm. Alter, wie hältst du aus? Na gut, ja. Ich glaube, man kann keine Reife-Siege. Hey. Und? Nicht so übel für Gott lagen, hm? Hm, scheint es tatsächlich zu wissen, was es ist. Also, Ewa Shida gibt den Ghost mal auf die Einde auf die Klasse. Bei dem großen Vergnügen. Alles klar, Yagami. Die neuen können wir uns keine Schonung erwarten. Vier Runden, drei K.O. Ganz, ganz erfolgreich. Also, einfach dreimal zu Boden schicken, oder? Du! Okay. Das ist der Bauterloch in der Tasche. Bei mir werft keiner das Handtuch auf, wenn sie das Gesicht zu beitragen wird. Hey, Coach. Ist es okay, wenn er nicht mal aufsteht? Klar. Wer soll den Arsch? Oh, na toll. Yagami, du bist dran. Apfel, wenn du soweit bist. Okay, komm. Ich will mir sowas. Na, toll. Ich will sowas. Ich will sowas. Dann ab in den Ringen. Ja, ja, komm. Oh, ich will mit dir jetzt. Oh, ich weiß hier. Wir bringen ihn um. Mach ihn alle. Ja, ja. Das Leben außen ist scheiße. Ich bin jetzt im Kast. Ich bin jetzt im Kast zu Hause. Dich mach ich fertig, Arami. Ja, 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 ja. Guck mal her, du. Guck mal her. Guck mal her. Iwa, Iwa-Iwa-Shita, du. Hier pläst du die hart, die Fresse, oder so. Ich meine, ne Mutter werde ich mal wieder erkennen. Hau, ich weiß ja, ja. Guck mal her. Tagayiko, ja. Takaayiko, ja. Juma Iwa-Shita. Tiefen quetschern. Das war jetzt irgendwie doch. Ja, ja, das weiß ich doch. Das ist mir immer erklärt. Sehr gut. Ja! 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 BAM! Ja! Ja, komm! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Das Ding ist los! Der Wartiga, nice! Ich weiß nicht, dass ich gerade mit dem Spiel bin. mann ist sehr stark er hat die verschwärts geschlagen um diese lösche lässt sich beim dahergeläufe anfang abservieren und du willst schande bist du raus aus deinem studie rückgrat lose nutze schnauze verpiss dich das ist wahre trainer motivation hey das reicht todorucki richtig glaube ich habe gezeigt was ich darauf habe kann ich jetzt mitglied werden wo machst du ja na schön tag ich habe gehört dass ein wirklich guter kämpfer hier trainiert nachher mit dem würde ich gern trainieren das ganze vergessen warum wir jetzt beide mitglieder vergesse es kann der wieder auch der mann wieder wollte mann schön du abendet kein toll der fein problem dann muss ich wohl Ich weiß nicht, was sie hier ist, was sie hier ist? das bildieren auch von womit sieht aus als hätte ich was gefunden wo ich nachhaken kann mal mache es alleine mal machte das nicht so manches bar mit mir was unabviert hey wo's your kirikon was it yeah who are you yagami just joined up today looks like you were having trouble finding someone to spar Willst du ein paar Rounds gehen? Mit dir? Wirst du nicht super neu? Ja, aber ich denke, dass ich gut bin. Ich habe dir ein Wachita gut gemacht, früher. Ihr Wachita-san. Ist das alles gut? Ja. Ich würde so sagen. Du sicher hast du? Ich werde dir das wirklich an dir. Du kannst versuchen, wenn du möchtest. Hey, Yagami! Was machst du denn? Ah, was war das letzte Mal? Du weißt, dass ich noch stärker bin. Coach, bitte. Du weißt, was? Okay. Geh in da. Aber wenn ich einen Wachita, dann gehe ich weiter. Ich kenne ihn. Du hörst mich? Ja, ich höre dich. Okay, gut. Okay. Ich kämpf mich gegen ihn. Hey. So, Gori, ich bin soweit. Dann ab in den Regen. Dann du auch, Kenia. Alter! Wo? Dieser Junge. Ah, sind's ja also 6 oder 17, oder? Mit dem Körper als Erwachsenen. Alter, sind das Narben? Zentimeter nur. Und diese Narben. Wir rollen. Technisch Co. Und Technisch Co. Dann legt mal los. Hier geht's. Okay, wir können gleich technisch auf die Presse. Ach du, wie sieht der denn aus? Boher. Seitdem. Ich accountability. Ich sage die ganze Ne pinch, wird der Hahn zu Regen werden. Ich soweit sieben, dein Wälder. Cette Gtersmerstraße schieux geht überall minusweise. Ich meine Wälder. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja! Mal dann, ihr schon! Ja! Ja! Ah. Das war's für heute. Fuck. Halt! Take your eyes forward! Take us! Go, Mo! Get ready! Take your eyes forward! Take him! Der ist hart! Das ist eine unglaubliche Haltkarte, wie... Ey, wer ist denn der Tipp? Wenn man ein bisschen zuhören... Das war gut. Der Junge ist eine richtige Killermaschine. Körperlich, den hast du gegen keine Chance. Also... Was kannst du sonst gegen das Feld führen? Für einen Kampfgeist, ein Kämpfer? Du weißt ja, was ich meine. Lass ihn deinen Kampfgeist spielen. Du weißt doch, wie den ich anhalte. Ich schnappe dir. Okay. Ich denke, ich werde etwas Spaß haben. Was bitte eine Exleiste? Wie auf der Straße gibt es auch beim Boxen eine Exleiste. Lande Treffer beim Gegner, um die Exleiste aufzuladen. Ist sie aufgeladen? Kann Yagami. Ähm... Die Exleiste aktivieren. Drücke Q. Okay. Drücke Q. Um den Ring. Okay. Lange die Artikel zu stärken. Okay. Lange die Exleiste zu stärken. Okay. Die Skills machen von der ganzen Exleiste. Drücke Q. A. вр惠le wäre. Chpitze nachtğer! Mr. Odette Park! Der kamere Konstantin Reserve. Allesgeist ins heist? Der kamere nourritz deck. A. um das General dangerous. Gittenes legירher. Der kamere. Der kamere espíritz und der kamere, mm许 luft zack. managers in oft zack, Wieder kamere, ja 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 ich ja 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 ich ja ja wie kann er so stark sein und das sieht nicht gut aus. 78 er ist aufgestanden nachdem er hier eingesteckt hat nur zu was los die saß wollen wir aufs ganze gehen was hat er mich nicht geschont klar dann los das ist aber so gewollt ich halte mich immer zurück ja mehreren schaden das war einer probieren kann sein wir dann durchhalte das würde ganz gern probieren okay aber so wie ich bin ich nicht, oder? Mal proben... Also, ich probiere, ich habe mir darum zu tanzen, dass wir hier... Nein... Aber warte... nicht obwohl er damit doch ganz gut geschlagen ja gut okay jetzt einmal gefallen aber er hat ja schlimmer ausgehen können also einfach so dieser typ kann mit uschi hier mithalten nein nicht mehr hält er mich fest und stacken reicht die tue scheiße aus dem weg und erwischt warte warte wenn ich fertig genug mit in der fählte mann die weh ja los versuchts doch verdammter idiot ich weiß mit dem jungen wie kein schön zuerst so stark werden jetzt wenn ich die wochen gefunden wäre ich weiß es nicht dass ich mich gewachsen bin einmal der jahre also gegen den könnte aber echt um fair gewinnen kapiert es ist ja so wirst hier entgegen kennst du nicht an wenn der kopf über hängen wir auf okay ich bin bei mir an bock dass die ushiki schlagen kann war was die auf sauer nicht gerne nachher ja ja der kumpel dann über eine rechte linke konvention das moment bist du dann bereit für den nächsten schuss es wurde mir zu lange du musst es bestellen tja wenn du es angeboten vereinzelt so schnell wie du lernst dass du dich aber es wird extra die warte die warte die typisch wette da kommt nicht auf er geht dann wird zwei arten pfeffer ein skiff ein boxer die ein bisschen umfallen beim skill erlernst du dass sie bis jetzt das boxen richtig ist erlernen davon musst du kotoko aber nur ein team zu bezahlen weil der welt schalte mit skills von dem gewissen begegnen wieder in einem kandtrennt oder in den richtigen kampf besiegt im training geld erfahrung für die folge für fähigkeiten gewinne erfahrung die stufe der fähigkeit zu erhöhen um die zu verbessern kraft stärke die worten der schläge und erhöhte mit seiner grundheit ausdauer den ausdauer umfassende fähigkeit die ich überhaupt so rafeln am boden liegst trainierst du mit gegnern verschiedenen stilen zum beispiel schwärmer und boxe erhältst unterschiedliche erfahrungen für deine fähigkeiten als fahrer suche ich dir jemanden auf seinem niveau sagt wenn du einsteigen willst ach ja da habe ich mir von todori ein bisschen was über die ushi kiri erzählen lassen sehr schön aber ich würde einmal sagen wir machen jetzt hier ist man keinen cut ich danke fürs zuschauen ich hoffe dass euch gefallen hat die folge und mal gucken wenn nächstes mal weiter geht wir sehen uns ja nächstes mal wieder haut rein bis dann euer pirates dann geht es da weiter und wir sehen uns ja nächstes mal wieder haut rein bis dann zum nächsten Mal wieder auf